ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, herzlich willkommen zurück! Wir spielen weiter auf Fähne Einfach auf Fähne Du wurd schon gesund Fähne weiß was wir hier tun Geh ich in den Arcade Raum? Nein Ok Wer ich nicht Ich hab er in den Shop Wer ich auch nicht dagegen Nein, geht nicht, ich hab keinen Schlüssel Duke of Lies Ok, dagegen ist Mutant Spider eigentlich recht gut Weil der so eine kleine Hitbox hat Ah, Hilfe Hilfe, hier sind ganz viele laufende Nippel Nein I am for next Mit Mom's Pet getötet Nein, die, 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 die Ich hab ihn mit Mom's Pet getötet Nein Mom's Pet macht nämlich kein Schade Ich kann ihn dann kalt Aber Er hat sich in der Ecke verpackt Und ist gestorben Yeah Tears ab Und Death Das ist lustig Ich mach jetzt ne andere Challenge Äh, wo waren wir? Da The Doctor for Revenge Das ist voll cool Ich bin nur, ich bin nur da, damit ihr ein bisschen Aufmunterung habt Weil Tims Stimme immer so scheiße klingt Dr. Fetos, wir schießen Bomben Direkt Geheimraum gefunden Im Geheimraum ist Oh, ein Spielautomat Die Lesen Wir República Wum Wirklich Wirklich Bomben machen Spaß Wirklich Dauers und Wirklich Wirklich Das ist warm nein 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 hoden fliegen okay nee nee das das geht nicht zu schaffen ich probier es einfach hey was ist das eine braune nase das ist gut ich habe jetzt drei leben und weil leben ich will das feuer ausbomben und ist schon echt schwer feuer ausgemacht ich habe einen Kiegel gefunden muss ich wieso muss ich gegen Spinnenkämpfen ach ja es ist natürlich keine Goldräume hier ja so ist es halt nein nein sie klauen mein Geld sie klauen mein Geld und ich sterbe ach das ist schade toll sie haben drei Geld geklaut und da ist eine Batterie ach ja unser Space-Item ist übrigens das ähm eine gezielte Bombe ah nice der schwere Buskampf der mit zwei Boten aushält was bringt ein Missing-Page immer wenn du Schaden kriegst besteht eine 5% Chance dass alle Gegner im Raum Schaden kriegen ganz stark ach so einmal Mongo Tiers up Tiers down was ich nehme zwei Pillen eine Tiers up eine Tiers down Bad Trip Full health was der Heule Marcel ich habe gerade Tiers up Tiers down dann Bad Trip und dann Full health gegessen diese Pillen wollen toll die sind verbuggt diese Pillen wollen mir sehr hilfreut ich werde nicht sterben ich bin verstorben der Bericht mit tun Mama Kuschel und das wieder flach leben ja und von Raum ist direkt immer der Geheimraum und beim anderen nein 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 keine Fliegen die in der Schulter da hast okay nein warum ist das so aggro noch mehr Fliegen oh alle mit einer Bombe ich habe noch 3 Reben I love this item ja lol nein Charity Nein schon wieder verrückt schade Morgon da hast du es mir zu aggro dann ich hab's dir zu schiefst so ist die Welt nur da kommt es nicht hin lol loool loool what the fuck ich mache jetzt was anderes ich mache jetzt das macht das immer immer kurz auf der wagen ist oder wie jetzt bin ich wütend jetzt hole ich meine skills raus da drüben sie ist es liegt an der straße sieht aus wie klopapier es klebt ein klopapier get the money get the money what the fuck skapula wenn auf ein halbes schatz fällt ok das hätte ich eben mal gerne gehabt ja das ist mit der neuen deathchallenge geil gar nicht auf jeden Fall das wäre gar nicht bravaba nein vielleicht ist ein geheimraum daran angrenzen ok ich will nicht ich will nicht so viel geheimraum finden hast du übrigens einen Timer gestartet? also ich weiß grob wann wir angefangen haben aber nein habe ich nicht keine Lust gehabt viel zu anstrengend zu viele fliegen ah es ist zu laut so viele fliegen sind wir zu laut ah ich bin Mongo ja bist du ich hab den so ich hab den so wie blöd bin ich denn ich hab den super geheimraum schon gefunden ich muss noch den normalen finden oh Gott das gehts hey wo sind wir ok was ist das stammzellen das bringt mir jetzt natürlich noch mehr vor allem bei ich mit vier herzcontainer so schnell auf ein halbes herz falle so was soll es gibt wir fängeln rum wir haben wir auf der Sturm ein fünf Schlüssel und ich weiß es nicht der Raum kam eben schon mal und joker fleisch erhält bestimmt auch viele bomben aus zwei bomben für joker fleisch wo ein dämonen dämon raum ein dämonen dämon raum ein dämonen dämon raum wieder eine bettelung ein soll ich habe keinen ich habe keinen schlüssel kürzel der wort das fängt nein bitte ich guck mal hier rein komm mal hier her widow komm mach dein eigenes netz furcht ich bin wie du okay ne oh was immer zu geholfen Hä? Seit wann ist der Geheimraum? Dann bitte neben dem Bossraum Ja, schon immer Man kommt vom Bossraum Nein Oh Ah 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 Was macht man als Large Mod? Äh, immer Curse of Labyrinth Okay Die Folge ist gleich zu Ende, Boss Doch, doch Nein Okay, das wars für diese Folge War's Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao, bis dahin Ciao и Chines Begrüß Jäube Zähre Libere Zähre